Bei der Bildung und Weiterbildung sollte es weder Schranken noch Beschränkungen geben. Das heißt, jeder muss die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, unabhängig davon, ob sich eine passende Einrichtung mit Fachpersonal in der Nähe befindet oder auch nicht. Die Digitalisierung eröffnet uns Möglichkeiten, welche schon vor 200 Jahren von Wilhelm von Humboldt erkannt wurden. Damals blieb es jedoch dem Bildungsbürgertum vorbehalten, zu dem er ja auch gehörte, um sich an diesem Bildungsideal zu orientieren. Weniger Betuchte konnten sich den Besuch von Bildungsstätten, das waren damals im Wesentlichen die Universitäten, das konnten sie sich nicht leisten. Heute muss man nicht betucht sein, um umfassende Weiterbildungsangebote nutzen zu können. Man muss nur in der Lage sein, die Informationstechnik zu nutzen und dann kann man aus dem globalen Angebot ein reichhaltiges Sortiment entnehmen. Da gilt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das wurde ja auch schon im anderen Zusammenhang genannt. In einer Playlist mit fünf Videos und einer zugänglichen Abhandlung im PDF-Format mache ich als erfahrener Ausbilder und Online-Dozent eine Bestandsaufnahme und ein Angebot, für das ich Mitstreiter suche, um zu beweisen, was geht bei der Online-Weiterbildung mit der Technik des Jahres 2021. Dieses Video ist das erste von fünf Videos einer Playlist und das dient der Einführung. Im Video 2 geht es um die Lernwelten, die uns umgeben. Wir lernen ja nicht erst in der Schule, sondern das Wichtigste haben wir ja schon vorweg gelernt. Das ist die Muttersprache und da fangen wir im Prinzip gleich nach der Geburt an. Am Anfang lernen wir uns zu artikulieren, um unsere Wünsche zu erfüllen. Das geht informell und nebenbei eben durch das Zutun der Eltern, die unseren Hunger stillen oder eben sonstige Bedürfnisse befriedigen. Aber schon nach ein paar Jahren, dann fängt die formale Bildung an, sei es im Kindergarten, der Kindergrippe oder eben später in der Schule. Das wird eben im zweiten Video besprochen. Auch das insgesamt, was da als formale Bildung abläuft, eben nur einen kleinen Teil unserer Bildung oder Weiterbildung ausmacht, weil irgendwann in den 20er Jahren oder Ende der 20er Jahre haben wir die Ausbildung abgeschlossen, vielleicht mit einem Handelskammerbrief oder Handwerkerbrief oder einem Hochschulstudium. Und nach dieser formalen Ausbildung müssen wir weiterlernen, weil wir permanent fit bleiben müssen in unserem Beruf, um unser Einkommen zu verdienen oder einfach, weil wir Spaß daran haben. Als drittes Video wird besprochen, wie ein Weiterbildungsportal für die schrankenlose Ausbildung sein muss. Wir denken ja immer noch bei Bildung, wie ich es eben ja schon sagte, an die formale Bildung an Schule, Hochschule oder Berufsschule. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass wir uns permanent fit halten. Und da zeigen eben auch die amerikanischen Milliardäre, dass gerade jenseits von dieser formalen Bildung Wichtiges rechtzeitig getan werden muss. Nur Jeff Bezos und Elon Musk, die haben einen Bachelorabschluss, aber wenn wir an Bill Gates denken oder Steve Jobs oder Zuckerberg, bei denen wurde einfach die Hochschulausbildung abgebrochen, weil sie hatten Wichtigeres zu tun, als Credit Points und irgendwelche Nachweise da in den akademischen Einrichtungen zu sammeln. Das, was dann das vierte Video ausmacht, das beschäftigt sich mit dem Gründer-Know-how. Was muss man tun? Was muss man beachten, dass man wahrgenommen wird und seine Leistungen verkaufen kann, beziehungsweise an die Frau oder an den Mann bringt und damit man eben auch die rechtlichen Dinge berücksichtigt. Das fünfte und letzte Video, das behandelt eigene Fallbeispiele. Ich selbst habe formale Bildung abgeschlossen mit einem Diplom im Fach Physik an der Uni Göttingen, aber da war ich dann schon 27 Jahre alt und hatte vielleicht die kreativste Zeit damit verbracht, dass ich Scheine und Leistungsnachweise sammeln musste. Nach dem Diplom musste ich diverse Kurse, Seminare, Weiterbildung besuchen, um dann mein Geld gar nicht im Fach Physik, sondern in der Informationstechnik zu erwerben. Ich war bei Apple für Vertriebsaufgaben ausgebildet oder ich hatte dann anschließend diverse Weiterbildungen, damit ich als Seminar- oder Kursleiter tätig war. Das habe ich ja Jahrzehnte, also fast 30 Jahre lang dann gemacht. Und da war die Quelle meines Einkommens, war eben Weiterbildung. Dazu nenne ich also dann Fallbeispiele, die ich heutzutage anbiete, damit man sich jenseits der formalen Bildung eben mit Dingen beschäftigt, die dazu angetan sind, dass man die täglichen Anforderungen an den Beruf und an die berufliche Weiterbildung auch erfüllen kann. Das ist der Einstieg in die Playlist. Zum Schluss dieses Videos noch eine Bitte um Feedback. Wenn Ihnen oder wenn Euch etwas einfällt, was ich hier noch verbessern kann, dann bitte ich um Feedback unten in den Kommentaren zum Video. Vielleicht reicht auch eine Mail, falls das nicht klappt, weil Ihr eben bei YouTube nicht angemeldet seid. Schreibt einfach einen Kommentar dazu und dann bis demnächst auf diesem Kanal.